und ist es wieder da soweit mit 5 ich habe noch vor mir und wir spielen auf mission das gefällt mir gut das gefällt mir gut und ich drehe mein controller in der luft und macht spaß luft spaß luft spaß klasse editor torben ist noch an ich will aber mal mit der mp5 spielen das immer mit der mp5 die mag ich die cool aus und ist eine deutsche waffe von henkler und koch deshalb mag ich die ich meine die mp1 ist ja geil ist auch eine schöne waffe lange distanz aber nur einfach die mp5 mit der r1 einfach drückt einfach push it push it halt mal zu dann 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 klappt die einfach viel besser als die mp1 und deshalb mag ich die auch mehr ich zeige mal was ich meine das ist nicht so schwer zu kapieren wie einfach ding ist der boomster torben so jetzt geben wir jetzt weniger und jetzt werden leute gibt fähig ich will gerne deshalb ding versteht das haar ja hitler und hamburg so ganz einfach hier das ist amerika aber eine fette granate in seinen arsch reinge rammt so zack das war klar weil ding granate jetzt und dann holen wir auch ein paar kills mann nix los die einfach jumpen oder ducken dann kriegt man weniger schaden und direkt mit schiefen geholt kommen nix los direkt in seinen kopf versteht ihr was ich meine einfach den r1 durch pushen hier das mag ich mehr als mit mp1 deswegen scheide war aber noch mehr deshalb nimmt man immer die mit scheiden für mp waffen mag ich extrem gerne die sehen immer cool aus deswegen muss man auch immer es gehen was geht auch wenn ich das ist nun los das ich mein es ist kaputt diese ist alle hier weil sich das bauern geswitcht hat das so aufklärungs drohne holt granate in die richtung flab und jetzt werden leute geohnt punkte graf die neue stelle anfragen damit wir eventuell sogar ein assist bekommen und sein arsch gehört jetzt uns zack hier sind zwei zack leckt ja auch überhaupt nicht der kerl hat mich jetzt gesehen aber kein problem für mich hier guck mal zack ducken und schießen und ja das war ein noob hat mich schon der erste geld hat so lange hat das ja gar nicht gedauert die kam mit die school macht auch wenn ich die mp leveln könnte die akarbeit die ist einfach zu langsam die akarbeit scheiße spiel nicht mit der k aber nicht so und sterben leger mann was hackt er denn so einfach ein bisschen rennen und da kommt einer jetzt einfach sagen ey digga unnötig ich habe ihn zwölf schuss in seinen kopf gemacht zack alter du huren leck scheiß blogger man bastard so immer immer flash granaten raus mal dann flash die leute ja das ist das ist logisch das ist logik der der mathe studiert genau gerechnet ah da spielt da gerade lol ne nicht lol hier ich kann nicht aufhören der leute er spielt gerade kot und dann müssen wir mal ein bisschen ohm das ist ja nix los da so ja man habe ich mal ja ja messer mich auf 20.000 meter schwanz kommt du digga alle bloggen dieses spiel ist so ein blöd block junge du horensohn digga ich kriege ein rad ab ich hasse blogger blogger sind schwul alle blogger sind homosexuell und haben kein leben das ist alles ginger have no soul man digga leg mich tot langsam ich mag das spiel echt extrem aber ich fange an mit so krasses playen das ist voll krank ja leg ich höre schon auf ist ja gut ich weiß nicht habe ich gerade einen cut gemacht ich glaube ja dann habe ich jetzt gerade meine eigene maschine hier zerstört ich glaube ja leg leg hallo wieso kann ich denn das spiel ist buggy man und geht mir aus dem weg man da sind drei predators wollte ich mich verarschen da waren drei predators in der luft um ein kopf wer war hier bei mir sind die fixe so der ausbrechen die heiße ausbrechen heißen oh mein Gott so die mach ich oh ne ja was ist das denn ja scheiß spiel bock nicht schwul ich muss an meine waffen kommen Leute das ist klar dass ich Angst habe ich muss erstmal wieder an mein skill kommen das dauert noch eine weile ich muss erstmal wieder an meine waffen kommen das dauert auch noch eine weile natürlich und dann muss ich natürlich noch naja weiß nicht guck mal die sind alle im dritten prestigemann teilweise auch im vierten und sind schlechter als ich und ich bin level 8 also es hat ja schon was zu sagen und so geht immer echt gut aber die map erstmal nehmen jetzt noch den kumpel hier an wie heißt er denn ml more games hallo ja und dann mache ich denke ich erst mal einen cut also dann bis später Leute mit tschuuu tschuuu tschu